Ebenso möchte ich jetzt auf die Bühne bitten, unseren Meisterarchitekten und meinen guten Freunden, Frank Damm. Frank! Frank! Ach du Scheiße. Ja, wohl schon am Champagnerbrunnen versagt, was? Helfer! Denn damit wir genug Platz für unser Lukus-Ressort haben, müssen wir das alte Herrenhaus meiner Familie abreißen. Wir haben die Sprenganlage jetzt scharf geschaltet. Eine Minute noch. Scheiße. Wir sprengen heute im Einklang mit der Natur. Wirklich beeindruckend. Nicht so gut. Bob, ich bin hier! Oh shit, Britta. Komm und down, ja? Hust! Nein, nein! Say something! Bob! Das ist ein Mann! Frank? Frank? Frank, versteckst du dich vor mir? Die Marie? Die ist bei mir, Frank. Hallo, hier spricht Frank Lamm. Horsten Wolf hat meinen Kollegen ermordet und Frau Grün vom Umweltamt. Soll mal einer sagen, ich werde dir nicht alles versuchen. Endlich! mit子ie Hallo? Nachacke!